Herzlich Willkommen zum Blue Surf Fest in Warnemünde! Das Ziel von den Blue Surf Festivals ist es, Wellenreiten für Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen, zu zeigen, es ist machbar, es sieht vielleicht ein bisschen anders aus als das, was wir kennen und wir wollen einfach zeigen, es macht Spaß, komm und probier es aus! Beim Blue Surf Fest wollen wir grundsätzlich das Wellenreiten für alle ermöglichen und dazu gehört natürlich auch, dass Wellenreitlehrer und Wellenreitlehrerinnen und solche, die gerne helfen, Bescheid wissen, auf was es dabei ankommt. Dafür haben wir ein entsprechendes Toolkit entwickelt im Inklusiv-Projekt und das bringen wir hier den Menschen näher und ermöglichen somit gleichzeitig auch eben SurferInnen es einfach mal auszuprobieren. Beim Wellenreiten kommt es natürlich darauf an, erstmal Spaß zu haben und die Energie der Welle zu nutzen. Wie wir das machen, ist dabei vollkommen egal. Das kann im Stehen passieren, im Sitzen, im Liegen oder auf den Knien. Wie gesagt, in dem Moment, wo man mit einem Grinsen und einem Lächeln aus dem Wasser kommt, hat man alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal! Tschüss! I Ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017